was geht ab meine lieben freunde seht zu dem x tricks am start und ich darf euch mal wieder alle ganz herzlich zu einem neuen video hier auf unserem kanal begrüßen ja ihr seht es schon im hintergrund es geht heute um das jetpack aber nicht wie ihr es bereits im hintergrund seht in gta san andreas sondern endlich auch in gta 5 ladies and gentlemen setzt euch hin und schnallt euch an wir bekommen endlich das jetpack in gta 5 wir warten bereits sagt tag 1 des releases auf diesen moment modder haben es auch schon in das spiel reingemoddet aber jetzt ist es offiziell am dienstag den 12 dezember 2017 kriegen wir das doomsday heißt dlc und somit auch das lang ersehnte jetpack es ist nicht das einzige was wir bekommen wir kriegen noch viele anderen sachen neue waffen neue fahrzeuge damit können wir sogar fliegen und unter wasser fahren schwimmen tauchen wie man es auch nennen mag auf jeden fall ein richtig brutales dlc falls ihr noch mal alles genauer sehen wollt findet ihr den offiziellen rockstar games trailer und hummer unten in der video beschreibung also falls ihr dennoch nicht gesehen habt checkt auf jeden fall aus und falls ihr ihn schon gesehen habt na gut checkt ihn einfach noch mal aus der ist einfach nur mega heftig gemacht ich freue mich auf jeden fall persönlich sehr drauf die meisten von euch wahrscheinlich auch es werden die die ein oder anderen werden dann sagen ja das ist schon ziemlich futuristisch wir haben inzwischen so viele futuristischen sachen in gta dass das auch keinen mehr kümmern sollte auf jeden fall ich freue mich mega mäßig auf das jetpack ich hoffe das wird auch richtig gut gemacht sein deswegen leute zwölfter dezember 2017 schmeißt den pc an schmeißt die konsole an wechselt die batterien des gameboy colors und gönnt euch dieses update von meiner seite war es auf jeden fall gönnt euch den trailer und bis zum nächsten mal